Das Feld von Green World Facts TV Vorgetragen von Green World Facts TV Ein Feld steht in voller Blüte. Unsere schwarz-gelben Häferchen besitzen die Güte und bestäuben für uns die Pflanzen über den Feldern, die Insekten in dieser Zeit nun tanzen. Doch dem Menschen ist all das zu viel. Möglichst viel Profit ist das Ziel. Und weil Schädlinge da stören, wird alles Leben vernichtet, das kann ich euch schwören. Pestizide und Insektizide halten ein, was sie versprechen, doch die Natur wird sich schon bald an uns rächen. Die Bienenpopulation ist erheblich zurückgegangen. Landwirte müssen schon bald um ihre Ernte bangen. Schädlinge sind des Bauers Qual. Er denkt, er habe keine andere Wahl, als diese zu vernichten und nebenbei auch Helfer hinzurichten. Gifte können zwischen Schädlingen und Nützlingen nicht unterscheiden. Bauern sollten diese deshalb meiden. Das Summen verstummt schon bald im Feld. Dunkler wird ab sofort die Welt. Ein ganzes Ökosystem ist in Gefahr. Den Vögeln fehlt die Nahrung, das ist doch klar. So bricht die Nahrungskette langsam ein. Bitte lieber Landwirt, lass den Mist doch einfach sein. Wir wollen jetzt etwas erreichen, dann dürfen Wildblumen nicht weichen. Lieber Landwirt, lass den Mist von deinem Feld. Ich schwöre dir, dann bist du mein Held. Dieses Gedicht stammt wieder von mir. Und hier geht es um das Insektensterben, welches auf unseren Feldern in vollem Gange ist. Wollen wir in wenigen Jahren nur noch künstlich hergestellte Früchte essen? Wenn alle Insekten fort sind, fehlt den Vögeln die Nahrungsgrundlage. Und wenn diese gehen, bricht langsam aber sicher die Nahrungskette ein. Erst gehen Insekten und am Schluss gehen wir. Das war das Gedicht in Türchen Nummer 11. Ich darf auch hier wieder daran erinnern, dass ihr gerne auch ein Gedicht abgeben könnt, welches ich dann hier vielleicht vorstelle. Also haut es in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis morgen.